12 Minuten jetzt nicht mehr Nachbuhr so, sag wenn du weiter aufnimmst schon geschehen ach so, komm mal dann ich steh mit meinem Stuhl wieder auf mein Herz in komm wuuuuhu so und da aaaaaaah ich muss schon sagen was hast du für ein cooles Ding da aufm Rücken vor allem die Katana steckt genau in dem Kanister nicht ja stimmt alles seine Waffe auch ich weiß was mir vorhin auch aufgefallen ist ich bin rüber in der Küche absolut jeder aus meiner Familie inklusive für Jens und mein kleineres und mein kleineres Bruder sitzen drüben in der Küche sind am Essen die haben sich was zu essen gemacht kein einziger kam rüber hat mich gefordert ich hab den ganzen Tag nichts gegessen aber die Toffi fehlt jetzt ich hab heute auch noch nicht gegessen mhm merkt was ich an einen denken gell also deswegen hab ich fucker da draußen gell wenn ich wegen euch nicht zum Essen kam boah boah alter zieh was denn sehr nett ok immer da fucker da draußen so besser ja aber ich kann ich spaltenoptimierer wow was denn auch war ein Zahnweh ja ich ja ich 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 folge einfach meinem Namen ja so woher ich 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 okay Ja, war in deinem und zwar übermorgen. Supergealle! Wie schön bummerwein. Kann man was rumgefuschen? Ello, ich bleibe jetzt noch ein bisschen draußen. Gruppenkuschel! Nee, hehehe. Oh, nehmt! Weißt du, wenn du die Kuscheländer hast? Uuuuuh! Jaaa... Jaaa... Jaaa, der fette Kanz halt. Jaaa... Naja, sicher. Jaaa... Gesundheit! Jaaa... Uuuuuh... Uuuuh... Boomer Bälle, Boomer! Die alle Füben und der... Das sind die Erspacken. Wo ist die denn? Leider kommt von hinten? Ja, ähm... Von hinten! Ja, ist die ja auch. Ok, so weit her. Danke, dass du es aufgewert hast. So, tot. Ok, ok. Ich warte hier zwar auf dich, aber gut. Das wäre jetzt ein Headshot gesehen. So. Da ist noch eine Pipe drin, ne? Ok. Oh Gott, schluss mal. Bitte, meine Engel. Danke. Ja, Mann. Ja, du bist direkt an ihr vorbeigelaufen. Ja. Ja. Ok. Ok. Also Leute. So geht das schon mal nicht. Jupp. Ja, du bist hier. Ich bin frei. Ja, das war hier. Ich bin frei. 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 Ja, du bist hier. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei. ich bin ins Fenster und keine Tür Ich bin ins Fenster und keine Tür Bitte meine Hände Ich bin ins Fenster und keine Tür Ich bin ins Fenster und keine Tür Ich muss mich trotzdem heilen Oh ja, von der Seite dran Waren kann mein Engel Wien 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 Ich liebe dich auch. Ich schließe mir. Ich liebe dich am meisten. Das ist heute mein Gedanke. Entschuldigung. Hört mich. Boah, schätzig. Ach so. Da steht da was dicke Schwarzes neben. Alles okay? Ja. Du guckst so. Kein Stress. Dein Bild war doch grad verschwunden. Ich liebe dich auch. Alles. Alles hat Spaß. Alles. Dann schatzig auf geht's. Da sieht die genauso aus wie bei uns. Ach. Da ist die Waffe nicht egal. Da ist halt eine Streie. 3 Meter, die die Scheiße stehen. Schleiße ist lustig. Ja, vor allem Murm, Murm, Murm. Krümelkacke. Er will. Ja. Ja, und dann waren sie vermutzt wieder. Ja, und dann waren sie vermutzt wieder. Ja, und dann waren sie vermutzt wieder. Schlaf. Schlaf. Danke. Hast du noch extra das mal nicht zu treffen und was ist? Wollt euch ja nur schützen. Was? Deswegen kam es vorhin und hatte sie schlagen gleich. Ah, oder eher was verteilen. Oder so. Oh, nicht hier klappt. Oh, nicht du elende Mistaken Moschee. Saufhinne. Was ist mein Schatz in Ruhe? Oh. Oh, nein. Was ist mein Schatz in Ruhe? Was ist denn noch erwischt? Oh, das war gar nicht im Kakao noch. Oh, nein. Sie hätten auch noch erwischt. Was hast du noch erwischt? Spielen? Ich kann mich nicht mehr... ...und soll ich nicht mehr... Oh wow! Der Ball hat so viel... Ah... Spiel hängt... Der Recher hat die letzte Zehler geholfen... So steh ich gut safe, ja. Wann ist dein Irgendwann nicht mehr wieder weg? Mal gucken, wann er anruft. Gut, so geht's auch. Da ist ein Rechner, geschissen. Ich glaub, die nächste Schützung schon mal. Oh, Alice, du Schwitzen. Na braun. Dann darfst du auch gleich anrufen. Da ist. So. Da hast du schon am Rechner abgeschissen. Ah, gibt mir einen Autosupport. Okay. Sonst ist er, glaube ich, erstes wieder am Grafiktreiber liegt. Äh. Dann aktualisier ihn mal. Na ja, das muss ich aber machen, wenn wir nicht mit Hilfe von dir. Sonst seh ich dich wahrscheinlich wieder ein Scheibchen. Cool. Ich bin wirklich. Doch. Ich bin ganz zu Stücke. Ich bin nur bis zum Glück in der Schützung gelaufen. Ich hoffe, du hast trotzdem weiter aufgenommen. Hab ich. Können wir mal noch am Morgen. Ich bin jetzt schon wie der. Ah, stimmt.